Einmal dabei sein, einmal frei sein, eine Runde, ein neues Glück. Jetzt geht's weiter mit dem UL-Kalender von MyFishingBox. Tag Nummer 2. Wo ist er denn? 22,5, 2. Ein ganz großes Päckchen. Oh Gott, da haben sowas vergessen. Da ist nichts drin. Wir wollen nur Real Action. Molex. Da hab ich ja mal gespannt. Da ist er ja gespannt wie Flitzebogen. Okay, das ist wahrscheinlich der Real Shad? Heißt das so? Sag ich ja. Nee, eher A Shad. Also höchstwahrscheinlich die Abkürzung so ein bisschen, ne? Crawfish Sense, doch genau. Extreme Baits Generation 2-Inch-UV-Aktiv. Oh, der ist aber klein. Eieieiei. Naja, ist halt UL, ne? Gucken wir mal, wo die mal auspacken können hier. Der ist aber klein. Schön geflavert. Aber das ist wirklich UV-Aktiv. Das muss ich noch meinen rausholen. Na doch, okay. Ist so wie beim Motor Oil, ne? Genau. Denkt man erst so gar nicht, aber danach her. Das ist doch so. Aber der hat so ganz feine, ganz, 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 ganz feine Riffeln hier. Den gibt's ja auch in groß. Sieht man das ja auch, doch, ich glaube schon. Schön. Sehr weicher Köder. Schöner, feiner Tail hinten dran. Schön am Dropshotrick stehen lassen und dann geht's los. Auf die Barsche. Ja, cool. Jetzt bei MFB, ähm, Türchen, Tag Nummer 2, SoftBait Time. Da bin ich schon mal gespannt, wie's hier morgen weitergeht. Und dann schaltet ihr hoffentlich auch wieder ein. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy. Da bin ich schon mal ab.